Rash. Rash ist die Bezeichnung eines Engels. Rash ist ein Engel der Gerechtigkeit. Rash steht für den Minister der Gerechtigkeit. Rash steht auch in den Diensten von Mitra, M-I-T-H-R-A. Und Mitra wiederum ist entweder der Name eines persischen Gottes, Mitra gilt manchmal auch als Sonnengott, Mitra gilt aber auch als ein wichtiger übergeordneter Engel.